Die können wir nicht öffnen. Ich möchte hier raus. Langsam, Sniley. Wir gehen einfach wieder zurück. Was geht, Leute? Mein Name ist... Wir haben Lockdown Part 2, einfach. Wir müssen dieselbe Kacke nochmal durchleben. Lasst mir doch wenigstens mein Fitnessstudio. Ich werde verrückt, Leute. Ich meine, die ganze Welt geht den Bach runter. Wir haben den 3. November. Das Jahr war für ein A-Punkt. Und ich habe überall Mückenstiche. Gibt es um die Jahreszeit überhaupt Mücken? Zu meiner schlechten Laune spielen wir heute ein Horrorspiel. Das nennt sich Wrong Floor. Also zu Deutsch, Falscher Floor. Ich hoffe, ihr könnt alle so weit englisch. Verdammt. Dieses Spiel ist komischerweise seit Monaten Platz 1 bei H.I.O. Oder seit ein paar Wochen. Ist dasselbe. Ich fand das Spiel eigentlich zu brutal. Aber heute habe ich sowieso schlechte Laune. Von daher... Play. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst dem Video gerne ein Like und ein Abo. Oh, wir starten direkt aus der Position raus. Das ist ja ganz praktisch. Scheiße. Wieso wackelt die Kamera so? Oh Gott. Das macht mir Angst. Wir sind im Fahrstuhl drin. Was sollen wir tun? Irgendeine... Okay, alles geht automatisch. Irgendwie bereue ich es, das Spiel gestartet zu haben. Flur Nummer 1. Können wir hier raus? Nein, das funktioniert nicht. Oh! Okay. Das war verdammt creepy. Habe ich wenigstens eine Taschenlampe oder so? Es ist verdammt dunkel. Und ich höre, da tropft irgendwas. Mann, repariert eure Rohre. Es ist so dunkel. Oh mein Gott. Was war das? Der Fahrstuhl ist weg. Es ist so dunkel. Ich erkenne fast gar nichts. Kann ich nicht wenigstens die verdammte Lampe irgendwie... Oh mein Gott. Ich habe die Lampe gedreht. Die Tür ist aber verschlossen. Was sollen wir tun? Können wir vielleicht nochmal auf die Lampe drauf... Ah, okay. Wir können die nur drehen. Hier ist aber auch noch ein Weg. Wohin führt der mich? Oh mein Gott. Ah! Ich kann euch das nicht zeigen, aber das ist schrecklich, verdammt. Das ist echt eklig. Wieso spiele ich so welche verdammten Spiele? Sniley, guck nicht nach unten. Wir laufen weiter. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich weitergehen sollte. Ich habe echt Panik. Oh mein Gott. Ganz langsam, Sniley. Was ist das? Eine Tür... Ein Schrank. Hier war eben gerade irgendein Schatten. Das heißt, irgendwas ist hier langgelaufen. Wieso besteht das Spiel aus komischen Lichtern? Kann ich die Lampe... Oh, ich habe jetzt eine Taschenlampe. Wie nice ist das denn? Das ist richtig gut. Denke ich jedenfalls. Okay, wohin sollen wir laufen? Vielleicht jetzt eine andere Richtung? Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Okay. Okay, das ist ein verdammtes Spiel, was mit mir spielt. Es gibt Jumpscares. Jumpscares. Oh mein Gott, ich möchte da endlich zurück. Hier ist eine Tür. Die können wir nicht öffnen. Ich möchte hier raus. Langsam, Sniley. Wir gehen einfach wieder zurück. Ich glaube, hier war... Oh. Need to turn on the elevator generator. Ach so, das ist ein Spiel, wo man freestylt. Wo ist denn der elevator generator? Bin mir nicht sicher, ob wir in die richtige Richtung laufen. Attention. Extrem gefährlich. Das war der Typ, den ich eben gerade gesehen habe. Oh, verdammt. Das sieht weird aus. Das einzige, was wir finden müssen, ist ein verdammter Generator. Can be broken with a crowbar. Oh mein Gott, okay. Das ist kein gutes Zeichen. Und wir müssen sogar noch in die verdammte Richtung. Langsam. Alles ist gut. Bitte erschreck mich jetzt nicht. Bitte erschreck mich jetzt nicht. Okay, alles ist gut. Er ist nicht hier. Wo ist eine Crowbar? Die müsste hier irgendwo sein. Ich glaube... Oh, die Tür war am Anfang nicht offen. Die wurde... Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Ding läuft einfach frei rum. Wir müssen ihm aber wohl oder übel folgen. Geben mir keine Jumpscares. Ich habe keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Es ist so verdammt dunkel. Eigentlich müsstest du mich nicht mehr hier sehen können. Die Tür ist abgeschlossen. Oh mein Gott. Was macht er da? Er steht da einfach nur rum. Okay, das heißt, wir laufen weiter. Und ich hoffe, er verfolgt mich nicht. Eine Tür. Die sieht ziemlich abgeschlossen aus. Der Code ist hinter dem roten Schrank. Okay. Oh, da ist er ja. Nice. 0661. Das kann ich mir merken. Das ist easy. Das ist kein guter Sound. Oh mein Gott. Lass uns schnell in diesen Screen reingehen. Was war der Code? 0... Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Da ist irgendwas. Torf. 6. 6. Oder ist es hinter der Tür? 1. Das war der Code, oder? War das nicht der richtige Code? Ich bin mir ziemlich sicher. Oh verdammt. Die Tür ist eingeschlagen. Was ist das für ein komischer Raum? Sollen wir da jetzt reingehen? Oh Gott. Die Welt ist ziemlich verzerrt. Wieso ist da ein Stuhl? Was soll ich hier drin jetzt tun? Was ist das für ein komischer Raum? Ne, hier ist doch alles normal. Beziehungsweise, okay. Nicht ganz normal, aber ist jetzt auch nicht schrecklich oder so. Lass mich sehen, ob der Code richtig war. 0661. Oder ist es 1 9 9 0? Oh. 1. 9. 9. Es war 1 9 9 0. Das war der richtige Code. Oh mein Gott. Und damit können wir das Holz entfernen. Wenn wir es... Wir können es nicht aufheben. Okay, das ist... Oh, hier ist eine normale Crowbar. Aber so viele? Gleich drei Stück? Okay, das ist weird. Wir können aber nur eine einzige nehmen. Heißt das, wir verlieren vielleicht mal wieder eine auf dem Weg? Okay. Wir haben das hier wegbekommen. Jetzt sind wir beim Generator. Müssen wir einfach nur die Sicherung vielleicht drehen? Die beiden Sicherungen sind jetzt an. Das sollte noch funktionieren, oder? Das heißt, wir kommen zum Fahrstuhl. Komm schon. Lass mich ganz schnell hier raus. Kein Scare mehr. Das ist der Fahrstuhl. Oh mein Gott. Er kommt. Es funktioniert. Oh, oh, oh. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht um... Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Bitte, tu es mir nicht an. Tu es mir nicht an. Ich will hier raus. Ich will hier nicht mehr hin. Ich will raus aus dem Spiel. Oh mein Gott. Komm doch. Lass mich in Ruhe. Bitte. Bitte. Mach den sch... Fahrstuhl zu. Mach den verdammten Fahrstuhl jetzt zu. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein. Komm schon. Muss ich hier vielleicht irgendeinen Knopf drücken? Alles ist gut, oder? Okay. Ich habe keine Lust mehr. Auf sowas habe ich keine Lust mehr. Ende. Die beste Nachricht, die ich seit jeher bekommen habe. Kann das ja nicht mal enden. Verdammt. Mein Herz macht das lieber lange mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.